Herzlich willkommen zu einem neuen Review von Top Trends. In diesem Video widmen wir uns dem Coups Evidence Eco Design Kaffeevollautomaten. Dieser Automat vereint innovative Technologie mit Nachhaltigkeit und verspricht ein Kaffeeerlebnis der Extraklasse direkt auf Knopfdruck. Bleibt dran, wenn wir uns die Funktionen, das Design und die umweltfreundlichen Aspekte dieses beeindruckenden Geräts genauer anschauen. Der Coups Evidence Eco Design Kaffeevollautomat ist nicht nur ein optischer Hingucker in jeder Küche, sondern auch ein Paradebeispiel für moderne Kaffeezubereitung. Mit Abmessungen von 38,7 cm in der Tiefe, 29,3 cm in der Breite und 49,2 cm in der Höhe, fügt sich der Automat kompakt und effizient in deinen Küchenbereich ein. Eines der herausragenden Merkmale ist das ökologische Design. Der Kaffeevollautomat besteht zu 62% aus recyceltem Kunststoff und ist bis zu 90% recycelbar. Dies unterstreicht das Engagement von Coups für Nachhaltigkeit und den reduzierten Einsatz natürlicher Ressourcen. Die Herstellungsmethoden sind zudem so optimiert, dass CO2-Emissionen minimiert werden, was diesen Automaten zu einer umweltbewussten Wahl macht. Die Quattro Force Technologie ist das Herzstück des Coups Kaffeevollautomaten. Diese Technologie optimiert jeden Schritt der Kaffeezubereitung. Vom Mahlen über das Tampen und Brühen bis hin zur Extraktion. Das Ergebnis ist ein perfekter Espresso von der Bohne bis in die Tasse. Die Kaffeemaschine bietet eine außergewöhnliche Auswahl und Vielseitigkeit mit direktem Zugriff auf acht voreingestellte Zubereitungen. Distretto, Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Kaffee Latte und Heißwasser für Tee. Diese Vielfalt garantiert, dass jeder Kaffee-Liebhaber das für ihn perfekte Getränk findet. Diese einfache und intuitive Bedienung wird durch das Backlight-Bedienfeld gewährleistet, auf dem sich sowohl Standardgetränke als auch persönliche Favoriten mit einem Fingertipp auswählen lassen. Das Highlight für alle Fans von Milchkaffee-Spezialitäten ist sicherlich das One-Touch-Cappuccino-System. Dieses ermöglicht die mühelose Zubereitung von bis zu zwei Cappuccinos oder Latte Macchiatos gleichzeitig auf Knopfdruck. Die Milk Advanced Technologie sorgt dabei für köstlich cremige Ergebnisse im Handumdrehen. Zusätzlich kannst du die Kaffeestärke sowie die Milch- und Wassermenge individuell anpassen und deine Lieblingsgetränke speichern. Krups hat auch an die Pflege und Reinigung des Geräts gedacht. Dank des automatischen Reinigungssystems benötigt der Vollautomat nur drei Reinigungstabletten pro Jahr, was einen deutlich geringeren Pflegeaufwand im Vergleich zu vielen anderen Kaffeemaschinen bedeutet. Bitte beachte, dass die Düse nach jedem Milchbezug gereinigt werden sollte, um stets beste Ergebnisse und Hygiene zu gewährleisten. Die richtige Nutzung des Reinigungssystems ist für die Langlebigkeit und Funktionstüchtigkeit des Geräts essentiell. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Krups Evidence Eco-Design ist die Sicherheit und Qualität, die durch verschiedene Zertifikate belegt wird. Der Kaffeevollautomat ist mit einem TÜV-Hygienezertifikat ausgezeichnet, das vom unabhängigen Laboratorium TÜV Rheinland vergeben wurde. Dieses Zertifikat bestätigt, dass die automatische Reinigung der Brühgruppe mikrobiologisch unbedenklich ist. Der Krups Evidence Eco-Design Kaffeevollautomat ist eine hervorragende Wahl für alle, die Wert auf Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit legen. Mit fortschrittlicher Technologie, einer breiten Auswahl an Getränken, einfacher Bedienung und umweltfreundlichem Design bietet dieser Vollautomat alles, was das Herz eines jeden Kaffeefans höher schlagen lässt. Ob du nun einen schnellen Espresso am Morgen oder einen cremigen Cappuccino zum Genießen suchst, dieser Kaffeevollautomat erfüllt alle Wünsche mit Stil und Effizienz. Bei Amazon erreicht der Krups Evidence Eco-Design Kaffeevollautomat eine Kundenzufriedenheit von 4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 350 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 459 Euro. Das war's mit unserem Video über den Krups Evidence Eco-Design Kaffeevollautomat. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Krups Evidence Eco-Design Kaffeevollautomat zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Krups Evidence Eco-Design Kaffeevollautomat haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.